Also jetzt bin ich am Grenzgebiet des Reviers zwischen Alfdorf und Larch. Hier ist die Straube. Der Art Straube, das ist der äußerste Bezirk der Gemeinde Larch. Und ich grüße Straube, euer Thomas Hornauer. Und ich bitte um eure Stimme, liebe Straube. Wählt mich, wählt Thomas Hornauer, wählt richtig. Wählst du mich, wählst du dich, denn deine Stimme spricht durch mich für dich.